Ja, sehr groß, sehr groß, weil es, denke ich, auch unterm Strich eine verdiente Niederlage ist, ein verdienter Sieg für Jena. Wir haben es eigentlich nie so richtig geschafft, unser volles Leistungspotenzial abzurufen, so in dieses Selbstverständnis unseres Spiels zu kommen. Wir hatten viele leichte Fehler im Spiel dann nach vorne, viele Unsauberkeiten, weshalb wir uns dann letztendlich nie so richtig entfalten konnten und nie so richtig zielstrebig vors Tor kamen. Ja, von daher ist man jetzt so ein bisschen niedergeschlagen, der Frust ist da, aber die Saison ist noch lang. Wir müssen weiter Gas geben, zusammenbleiben, auch aus solchen Niederlagen die richtigen Lehren ziehen und dann gestärkt auch aus so einer Niederlage dann wieder positive Energie schöpfen und nach vorne maschinen. Ja, ich fand eigentlich, dass es bis zum Gegentor ein offenes Spiel war, ein offener Schlagabtausch, es ging in beide Richtungen. Ja, trotzdem muss man sagen, dass wir dann mit dem Gegentor so ein bisschen unsere Linie vielleicht verloren haben, ja nicht dieses Selbstbewusstsein an den Tag gelegt haben, waren ja so ein bisschen fahrig dann und hatten wie gesagt viele kleine Fehler im Spiel, die jetzt auch nicht die Brust größer gemacht haben, sondern eher im Gegenteil. Das hat man schon dann gemerkt, haben dann versucht uns immer wieder zu sagen, es ist noch alles drin, haben dann am Ende auch noch mal alles nach vorne geworfen, mit langen Bällen dann operiert, haben gehofft, dass noch mal einer durchrutscht. Es gab auch die eine oder andere Möglichkeit, wo es noch mal ein bisschen gefährlich im Jänner Strafraum wurde, aber ja, letztendlich sind wir mit der Art und Weise, können wir nicht zufrieden sein, muss man ganz klar so sagen, da müssen wir selbstkritisch sein, aber ja, jetzt ist nichts entschieden worden. Wir haben in der Saison auch schon gesehen, im Saisonverlauf, dass man aus so Phasen dann auch wieder gestärkt hervorgehen kann, wenn man die richtigen Lehren daraus zieht und ja, da gilt es einfach, jetzt so auch dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, wie wir es in der Hinrunde schon gemacht haben. Ja, ich wollte gerade fragen, normalerweise ist ja in der Halbzeitpause immer so ein Cut, dass man sagt, jetzt wird alles besser. Heute aber, hatte ich die Erinnerung gehabt, ging es so weiter wie bisher. Also es hat sich nichts großartig verändert an der Art zu spielen, weil Jena auch immer schön Theater gemacht hat. Ja, Jena hat sich dann klar zweite Halbzeit auch tief hinten reingestellt, haben versucht, die Räume eng zu machen, wir haben dann nicht die richtigen Lösungen gefunden, hatten nicht das richtige Rezept, haben es versucht, sind angerannt, aber wie gesagt, auf dem Weg nach vorne dann immer kleine Unsauberkeiten, leichte Fehler, weshalb wir uns nie so richtig entfalten konnten und nie so richtig zielstrebig vor das Tor gekommen. Nun ist diese Euphorie, die ist ja über Weihnachten gerade ein bisschen gedämpft, sagen wir mal so. Bei euch auch, dass du sagst, jetzt sind es nicht vier Punkte, jetzt sind es wahrscheinlich doch wieder drei mehr? Ja, müssen wir jetzt abschütteln, ist jetzt so. Also klar, BFC ist der Gewinner des Spieltags, muss man schon so sagen, aber wir brauchen jetzt auch nicht die ganze Zeit auf die Tabelle gucken und rechnen. Wir müssen einfach dann auch wieder unsere Leistung, die wir ja vor der Winterpause gezeigt haben, dann auch jetzt in den nächsten Wochen abliefern und über die Leistung kommen dann auch, denke ich, die Ergebnisse. Aber ja, jetzt sind wir heute natürlich unzufrieden, aber ab morgen geht es dann weiter. Ja, Max, nun bist du wieder dabei und trotzdem musst du gleich den Kelch verbitterndes trinken. Das ist nicht gut für einen Start, wenn ein Spieler mal wiederkommt. Ja, ist richtig. Wir haben uns, glaube ich, alle einen besseren Start gewünscht in die Rückrunde. Ja, haben heute halt einfach nicht die hundertprozentige Einsatzbereitschaft gezeigt, um hier in Dreier zu holen. Jena stand mit dem Rücken zur Wand, für die war das Gefühl die letzte Chance. Die wollten den Sieg mehr als wir heute, das hat man gesehen. Und deswegen war das, ja, nicht unverdient. Kann es denn eine Rolle gespielt haben, dass Sie vor der Woche schon ein Spiel hattet und ihr aber heute ins kalte Wasser geschmissen seid? Ja, es kann im Grund mit sein. Trotzdem dürfen wir nicht, ja, nicht denken, dass wir einen Schritt weniger machen können und dann trotzdem die Punkte holen. Es hat einfach der Fokus so ein bisschen gefehlt heute, dass wir, ja, das Spiel verloren haben. Ist das für dich als erfahrener Spieler enttäuschend, wenn du sowas feststellst bei deinen Kollegen? Ja, natürlich. Das ist für alle enttäuschend. Egal, ob du jetzt alt, jung Stammspieler, Einwechselspieler, das ist egal. Das ist für alle enttäuschend, weil wir uns alle einen besseren Start gewünscht hätten. Ja, jetzt, nichtsdestotrotz müssen wir halt nächste Woche dann wieder die Punkte holen. Ja. 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 Vielen Dank.